Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal seht ihr mich hier in meiner Rabenverkleidung. Und zwar aus dem einfachen Grund, ich bin jetzt Glücksspieler, spiele jetzt Roulette. Und zwar habe ich hier so einen Zeitungsartikel dazu. Das Ganze nennt sich Chatroulette. Ist eine ziemlich krasse Sache. Da sind, ja, ich sag mal, die ganzen Pädophilen unterwegs. Und ja, vielleicht von zehn ist einer dabei, mit dem man, ich sag mal, sich vernünftig unterhalten kann. Ich habe dann fünf bis sechs Minuten geschrieben und dann auf den Next-Knopf gedrückt. Und ja, ist eine ziemlich krasse Sache. Ich werde das hier anschließend zeigen. Auch bereits ein paar Bilder einfügen, dass ihr da eigentlich seht was denn da eigentlich so abgeht. Der Link dazu ist in der Infobox. Und ja, vielleicht sieht mich der eine oder andere ja einmal dort live. Ich werde das jetzt ab und zu zocken und ein bisschen spielen und schauen, was dabei rauskommt. Und ja, also meine Traumfrau suche ich dort bestimmt nicht. Aber ich sag mal, man sieht schon die eine oder andere nackte Stelle, wie die Fotos am Ende vom Video dann beweisen werden. Wie gesagt, alles dort von kostümierten Leuten wie ich bis hin zu, ja, ich sag mal, entblößten Unterkörpern. Aber jetzt überzeugt euch selbst. Das Ganze ist nämlich ohne Anmeldung. Einfach nur draufklicken, Webcam wird aktiviert und geht schon los in die weite Welt. Ich werde euch das gleich vorführen. Und ja, werde es jetzt mal vorführen. Ja, also ich habe jetzt hier den Internet Explorer geöffnet. Gebe hier Chatrollette ein. Dann gibt es hier chatrollette.com. Einmal anklicken. Meine Webcam ist diese hier. Sitzt hier oben auf dem Monitor. Jetzt ist mein Internet Explorer abgestürzt. Mit dem Firefox. Chat. 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 Ja. Dann kommt hier bereits das Fenster mit dem üblichen Chat. Webcam-Chat-Anzeige. Hier kann man noch den Ton deaktivieren, dass man den Ton für sich behält. Geht hier oben auf New Game. Sagt, man möchte den Webcam-Zugriff zulassen. Und los geht's. Hier ist unser erster Kandidat. Ja, und also wie gesagt, ich bin hier völlig anonym. Jetzt hat er mich schon rausgeschmissen. Also man sieht hier, ihr Partner ist disconnected. Also würde man fast sagen, man wird hier im Sekundentakt durchgeschaltet. Jetzt habe ich hier einen anderen Kollegen dran, der hier mich auch schon disconnected. Viele schreiben ja nicht mal zurück, also ich schreibe jetzt hier Hi. Gut, oder eben ich möchte den nächsten und klicke hier. Klicke auf Next und schon habe ich hier den nächsten geladen. Hier steht Kamera is muted. Okay, dann sehe ich den natürlich nicht. Klicke nochmal drauf. Ja, und hier haben wir schon jemanden, der unterum entblößt ist. Ich werde das an dieser Stelle hier abbrechen. Ihr habt gesehen, wie es geht. Moment. So. Ihr habt gesehen, wie es geht. Es ist ganz einfach. Vielleicht seht ihr mich, vielleicht seht ihr mich nicht. Im Anschluss noch ein paar Bilder. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.